Juhu, herzlich willkommen Nüsstien zu einer neuen Ausgabe von Für Nüsse mit Klaus und Dirk. Der einzige Podcast von Pferden, aus Pferden und für Pferde. Ich dachte Ulm, na gut. Der einzige Podcast aus Ulm von Christian Ulmen, moderiert wie die 90er Jahre Sendung unter Ulmen. Ja, wie geht's dir, du altes... Was machst du denn da für unsere Patienten? Mein Popschutz drehe ich hier rechts. Du alte Schaufensterpuppe, du. Ja, es wird anders von Tag zu Tag. Geh doch einfach mal raus aus dem Studio. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Fick dir gerade erst an. Ja, es wird von Tag zu Tag anders. Ich bin mit dem Fuß gefahren mit dem Sofa. Es wird von Tag zu Tag anders. Das erste Offroad-Sofa. Ich hab in letzter Zeit ein bisschen über Roller, über Tretroller geschickt. Tretroller werden das neue Live-Fahrrad. Ey, da hab ich mich letztens drüber aufgeregt, dass diese Scheiße, die ich damals in meiner ersten Ausbildung 98 sehen musste, wo dann halt auf Messegeländen immer diese coolen Abnahmen bla bla bla. Und dann halt, ich stell mich auf meinen kleinen Alu und... Aber jetzt mit E-Motor. Ja, aber an sich siehst du jetzt ja nicht irgendwelche Schulkinder irgendwo hin, sondern du siehst wirklich Menschen, wo du meinst, die haben ihr Leben mehr oder weniger in Griff und die dürfen wählen und die fahren einen Roller, einen Tretroller an dir vorbei. Ja, vor allem das wird ja noch schlimmer, weil auf so einem Privatgelände, ja, ganz lustig, so kommst du halt schnell von A nach B. Wo ist denn bitte Privat... Achso, du meinst jetzt Messegelände. Ja, genau. Aber im Straßenverkehr musst du den Radweg oder die Straße benutzen damit. Das weiß ja keiner. Das ist ja wie Skateboard, dass die Leute dir dann entgegenkommen und denkst, cool, aber sicher. Oder das sogenannte Hoverboard, wo ich mich immer noch sträube, es Hoverboard zu nennen. Das ist halt einfach nur das Dummbord. Ich hab ein gleichgewichtes Problem, Board. In so einem Tretrollerschaft bist du 25 kmh. Ja, welche Größe denn? Ja. Ähm, normale Tretrollergröße. Also nein, halt so ein normaler... Schöne dir gerne ein normaler Tretrollergröße. Nee, so ein normaler Kick-Scooter. Also kein... Nichts irgendwie, was größer ist. Sind die nachrüstbar? Sind das so eine... Das ist bestimmt auch der Schreie. Du kannst deinen externen Akku ranschrauben, dann schaffst du mehr. Also mehr Distanz, aber... Also ich meine, bis zu 25 kmh, der hat eine Tragkraft von 100 Kilogramm. Also bei dir und einer Tasche wird es schon schwierig. Was soll denn das bitte heißen? Naja, wenn du einen Rucksack oder so auf Reisen hast. Ich hab mich übrigens letztens gewogen, ich wiege 90. Ja, wie gesagt, wenn du 10 Kilo mit dir rumschleppst, dann... Also ich meine, Klamotten hast du nochmal 2, 3 Kilo drauf, dann hast du noch einen Rucksack dabei. Da wird es schon eng. Also muss ich... Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt... Also Aaron in der Kiste Bier ist dumm. Ja, die neuen Startups, diese ganzen Affen-Startups. Wir sind ein Unternehmen, was keinen Gewinn macht, aber wir sind ein Startup, wir sind cool. Kriegen erst mal Förderung für anderthalb Jahre oder was? Ja, die dann... Ja, irgendein Unternehmen hat 50 Millionen damit vielleicht gemacht. Jetzt wollen sie alle die Innenstädte mit den Tretrollern vollmüllen, weil das ist ja mit den Fahrrädern. Dann war das ja auch überhaupt kein Problem, die Kommunen haben das geliebt, Lime und Voi und Go Flash und wie die alle heißen, die heißen Spasten. Ja, bald, bald... Und dann siehst du die Leute, natürlich werden die den Gehweg nehmen, weil kein Mensch irgendwie weiß, wie man das ist. Ja, ich meine, ein Fahrradfahrer nimmt ja selbst den Gehweg, haben wir ja schon eine schöne Folge darüber gemacht. Ja, aber das ist ein Tretroller. Ich meine, natürlich, der Instinktiv willst du den Gehweg nehmen und so hier auf einigen Straßen mit Kopfschirm fest, da könntest du ja nicht mal auf der Straße fahren, wenn du wolltest, müsstest aber. Einen Helm müsstest du eigentlich auch tragen, also auch viele Apps haben auch Helmpflicht. Wie schnell werden die? 25 kmh. Okay. Also ist jetzt keine übertrieben hohe Geschwindigkeit, schaffst du mit einem Rad auch relativ easy, aber es ist halt ein Tretroller. Also es ist halt anders als ein Fahrrad, wo du halt relativ große Reifen hast und... Aber ist es dann noch offiziell ein Tretroller, wenn es einen Motor hat? Na, die fallen, also derzeit sind die noch nicht zugelassen in Deutschland, da gibt es dieses Light Electronic Vehicle, Light Electronic Personal Vehicle Gesetz. Segway muss auch auf der Straße, ne? Ja, genau, die fallen halt alle da drunter, genau, die Segway ist ja ein Versicherungsschild und da geht es halt jetzt darum, wie es halt mit so Hoverboards, in Anführungszeichen, mit den Tretrollern und so aussieht, weil die halt wirklich ordentlich Geschwindigkeit schaffen und das ist halt eine riesen Unfallquelle und diese ganzen Pimmel-Startups sind, ja, wir wollen die letzte Meile revolutionieren, wir wollen hier neue Mobilitätskonzepte und in der Stadt, das ist ein absoluter Scheiß, geht zu Fuß. Na, ich meine vor allen Dingen, was ist denn, also wie revolutionierst du denn die Mobilität, wenn halt vor dir irgendwie 20 Fußgänger sind und du zimmerst da mit 25 Kammer durch? Das ist schon eine Revolution, dass Fußgänger jetzt auch auf dem Gehweg überfahren werden können. Regelmäßig, mit Leih, mit Leihfahrzeugen. Man braucht diese E-Schocker, diese neuen leisen E-Schocker, die halt auch so ein bisschen dicker sind als Stift, so schwarz, also nicht, dass ich wüsste, aber generell sehen die ein bisschen größer aus wie Kugelschreiber und die machen jetzt nicht mehr dieses Die haben halt auch weniger Kraft, das ist einfach nur ein ordentliches Zuppeln so, aber wenn du merkst, dass halt irgendwie ein Fahrradfahrer irgendwas vorbei ist, dass die einfach nur so in der Hand hältst du, so, und du hast eher das Gefühl, irgendwas hat dich mördermäßig gestochen. Und wir tasern die Leute ins Po-Loch. Ja, und dass die dich da angucken und dann denkst du, ja, was bin ich, die Binau ab? Entschuldigung, ich hatte gerade das Gefühl, meine Seite ist hier so viel Krab. Sollten wir da ein Startup aufmachen, dass du die leihen kannst? Du hast die App, scannst den QR-Code und nimmst den dann mit für 10 Minuten. Und du zahlst eine Schockpauschale, also du hast drei Schocks frei pro Miete und ansonsten zahlst du pro angefangene Minute. Ich fände es auch ganz gut, wenn die nicht nur so eine kurze Muskelkontraktion haben, sondern wenn man wie so eine Muskelkontraktion, wie so ein, was bei dir so letztens bei uns, so einen steifen Nacken, das ist halt so eine Kontraktion, die so, sagen wir, drei Stunden anhält. Und du so, oh, und dann haben die halt so links. Wenn es länger als vier Stunden anhält, musst du aber zum Arzt gehen damit. Ja, das steht auch hinten drauf. Hast du halt deine Tabletten genommen. Jetzt muss ich doch wieder atmen. Ja. Was ich vorhin gedacht habe, als du das erzählt hast, dass es ja dann irgendwann diesen Boom gab auf diese bescheuerten E-Bikes, beziehungsweise die Nachrüstsätze für normale Bikes zum E-Bike. Also das heißt irgendwie Akku und E-Motor, den du halt an dein Vorder- oder Hinterrad klemmst und dann halt dein normales Fahrrad zum E-Bike. Da gibt es irgendwelche Unterschiede. Ich glaube, Pedelec ist das, was auch alleine fahren kann. Und E-Bike ist das, wo der Motor nur zugeschaltet wird. Ja, und Caddyshack ist der beste Film mit Bill Murray. What? Schackadelic? Da habe ich aber nur gedacht, wenn du halt, du könntest doch einfach nur so einen bescheuerten kleinen E-Motor halt an einen diesen dummen Drecksroller, was wahrscheinlich von der Funktion noch viel leichter ist, und damit antreiben. Dass du halt hinten, weil du hast ja meist so eine Trittfläche, die größer ist, die ja wahrscheinlich doppelt so groß ist wie deine Fuß, zwei Fußlinke hintereinander, und da könntest du es ja hinten so ranklemmen, dass du dann halt einfach diese einfachen billigen Alu-Trittroller oder Kickroller, wie sie sich nennt, dass du die dann halt umrüstest und hast dann halt auch sowas Dummes. Also E-Scooter heißen sie jetzt meistens so im Firmensprech? Ja, aber E-Scooter sind doch schon die richtigen Straßenroller. Ja, die heißen halt auch Scooter. Ja, aber das sind ja E-Scooter. Also jetzt immer, wo ich drüber gelesen habe, waren es halt auch von E-Scootern oder von E-Train-Holland die Rede. Das ist ja so ein Anglizismes-Scheiß, also so deutsche Form haben so etwas, was keiner in England versteht oder in Amerika oder sowas. Wie auch immer, es ist halt ein ätzender Scheiß. Und du musst halt dreimal antreten, bevor der E-Motor startet. Ich finde eh diese Zwischen, diese Geräte oder diese Fahrzeuge mit so einer Zwischengeschwindigkeit, sowas, was halt sich nicht normal auf der Straße bewegt, aber schneller ist er als Fußgänger. Dieser Scheiß dazwischen, wo du denkst, was, warum? Ja, ich meine, wie gesagt, auf dem Radweg ist es ja in Ordnung, da zu fahren, aber du kannst natürlich solche Leute auf die Straße schicken mit so einem E-Tret-Roller. Ja, also 25 kmh, die da so mit der Geschwindigkeit, wie jemand beim 400-Meter-Lauf bei den Bundesjugendspielen unterwegs sind. Ja, zumal die halt auch irgendwie von der Physik sind, die Dinge ja auch total, also das ist ja maximal das Gefährlichste, was du auf Rollen haben kannst, weil halt einfach so ein kleiner Raddurchmesser ist ja eine unheimlich unsichere Fahrt. Das heißt, wie geradeaus ist es schwierig, aber dann halt irgendwelche Ausweichmanöver oder gar Bremsmanöver, sowas, sind mit kleinen Rädern wesentlich gefährlicher als mit großen. Und das hat ja auch keiner gelernt, also muss ja auch keiner einen Schein machen oder irgendwas. Du sagst von wegen, alles klar, du kannst ja mit 25 kmh, wie ist das rechtemäßig mit Alkohol? Ja, oft ist die Bedingung, du musst einen Führerschein dafür haben, aber der Führerschein hilft dir ja nicht, dabei einen Tret-Roller zu fahren. Ja, genau. Es hilft halt einfach nur im Schadensfall, den Führerschein zu verlieren. Wundervoll. Ja, aber ich meine, wenn ich an Stellen denke, wie heute Morgen, als ich über die Oberbaumbrücke gefahren bin und da ist der Radweg ja direkt an der Fahrspur und da heizen die Lkw ja drüber. Das ist auf dem Fahrrad halt schon kritisch. Oder hast du halt immer noch ein gewisses Maß an Manövrierfähigkeit, aber auf so einem Tret-Roller. Ja, und die fahren dann ja eventuell auch um halt irgendwie eine kaputte Flasche herum, auch wenn die halt jetzt irgendwie Vollgummi haben. Aber das ist ja, du kannst ja nicht locker rüberrollen und dann schwenkst man halt aus und das sieht ja der Lkw-Fahrer erst, wenn es halt irgendwie im Kühlergrill hängt. Das seht ihr nicht von wegen dem Moment. Also, was hat der denn? Und die Lkw, die fahren halt normalerweise so leicht auf der Radspur drauf, weil die Straße so eng ist. Ja, die sind ja halt so breit. Ja, ja. Also wie gesagt, das ist auf dem Rad schon unheimlich, aber da kannst du halt noch ein bisschen rechts rüber schwenken. Und auf dem Tret-Roller, wenn du die Füße auch noch brauchst, da geht es auch leicht bergauf. Ja. Heidewitzger. Und dann rutschst du halt einmal aus und das war's. Auf dem Tret-Roller ausgerutscht und das war dein Leben. Vielleicht ist auch nur noch eine Zeit, dass es dann irgendwie so eine Kindertragevorrichtung für die Längsstange des Tret-Rollers gibt. Dass dann der coole Fancy-Daddy mit seinem E-Scooter-Tret-Roller und seinem Kinn vorne eingeklemmt, dann halt die Oberbaumbrücke runterfährt. Also, weil du siehst ja halt auch von den ganzen Fahrradmanövern auf dem Fußgängerweg. Es gibt ja dieser Grundgedanke als Fahrradfahrer, bin ich sicherer auf dem Fußweg. Obwohl das natürlich alles für unsicher ist, weil die Geschwindigkeit ist enorm hohe und du hast dann halt Hindernisse. Du bist ja eigentlich das Hindernisse, aber du hast Hindernisse, die alle wesentlich langsamer sind. Das ist jetzt, wenn ich irgendwie mit 120 auf dem Motorrad halt über die Strahlauer Halbinsel fahre und mich wundere, warum die Autos halt alle so langsam sind. Aber verringere auch nicht meine Geschwindigkeit, sondern versuche die ganze Zeit zwischen denen zu fahren. So, und das ist ja das, was die Fahrradfahrer quasi auf dem Fußweg machen. Und du auch denkst, ja, und du hast ein Kind vorne und hinten und... So, sind wir jetzt wieder entspannt. Ja, wir sind jetzt auch durch. Das war Fünisse der Aufregel der Woche. Zweite Frage, was ist denn heute hier für eine Scheißhämmerei? Ich sehe keine Veränderungen an diesem Drecksgebäude. Nee, also es wird gerade eine der Einzimmerwohnungen hier schräg unter mir sein. Ja, und werden heute alle tragende Wände rausgekloppt oder was? Weiß ich nicht. Das Geile ist ja, du hast erzählt von wegen Aufzugsschacht, ist nicht sicher, wegen kurzer Dübel. Aber es wird ja brav, werden diese tonnenschweren Glasscheiben eingesetzt bis oben. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte jemand gesagt, ey, wenn wir das Ganze noch mit Bauschaum umrunden, dann ist das eine ziemlich fixe Sache. Ja, du weißt ja, was du machst, wenn bei dir ein Dübel aus der Wand bricht. Dann baust du halt direkt daneben und guckst, ob da die Wand stabiler ist. Das ist richtig gelangweilt von deiner eigenen Aussagen. Du setzt einen tieferen Dübel rein, was du halt so im Haushalt machst, wenn bei dir die Bohrlöcher nicht halten. Wir haben ja gar nicht gebohrt hier. Wir haben es ja einfach nur gelassen. Ja. Sagt ja, wie, dann machen wir keine Dübel. Ja. Dann sehen wir zu, dass es so hält. Ja, kleben wir die Mutter vorne ran. Gut ist. Die Mutter. Ja, Dirk, dann. Willst du loslegen? Ja, weiß ich nicht. Uns läuft hier die Zeit aus. Ja. Wie dein Schlüpfer. Ja, aus aktuellem und traurigem Anlass, habe ich gedacht, widme ich heute mal dieser Folge. Anne Kramp-Karrenbauer. Wer war das? Bernd Stelter? Der hat sich da lustig gemacht, letztens irgendwie beim Karneval über Doppelnamen und dann Kramp-Karrenbauer und dann ist doch irgendwie eine betrunkene Dame aus dem Publikum aufgestanden und hat sich über ihn beschwert, direkt vorne. Und er meinte, ich mache hier Comedy und das hat dann so ein paar Wellen gestanden. Ja, aber ich finde, jemand wie Bernd Stelter muss das schon auch dazu sagen, dass er Comedy macht. Entschuldigung, er steht halt irgendwo, keine Ahnung, im Köln-Main-Gebiet grob während der Karnevalzeit in dummen Kostümen und macht das, was er seit 20 Jahren macht und jemand steht auf und regt sich drüber auf. Und sitzt aber da und genießt diese Scheiße halt. Ich glaube, 20 ist noch gut geschätzt, also das wäre 99. 90, ich glaube, da sind wir bei 30, 40 Jahren bei Bernd Stelter, in dem er sein Programm auch nicht verändert hat, sondern nur die Namen ausgetauscht. Geil ist, dass er immer eine Gitarre vor dem Bauch hat, aber nicht spielt. Wahrscheinlich habe ich jetzt was Falsches gesagt, der spielt immer fünf Stunden und dann fängt er an mit Programm. Ich habe ihn leider nicht so verfolgt, aber wenn ich irgendwas von ihm sehe, da ist die Gitarre da und dann sollte ich eigentlich auch. Ich kann ja auch ziemlich gut Gitarre nicht spielen. Ja, ja, ja. Ja, nee, es geht darum, dass Luke Perry ja letzte Woche oder diese Woche verstorben ist. Vor zwei oder drei Tagen zum Tag der Aufnahme hier. Ja. Das ist nicht so lange her, es war diese Woche, glaube ich. Also für euch dann letzte Woche. Schlaganfall und den hat er nicht überlebt oder danach hat er das Recovery nicht überlebt oder so. Ich habe es gar nicht gelesen, ich habe nur gelesen, dass er gestorben ist. 52. Am gleichen Tag wie der Sänger von The Prodigy. Ja, der hat sich aber umgebracht, habe ich mitgekriegt. Ja. Ich wüsste aber auch gar nicht, wie der hier hieß. Keith irgendwas? Na, jedenfalls ist meine Frage, dachte ich, wir wühlen halt nochmal drin rum und du hast es schon ein paar Mal emotional hat angetönt, ist ganz einfach Lawson's Creek oder Beverly Hills 90210. Lawson's Creek natürlich. Was? Das ist doch wohl keine Frage. Es war klar, dass du das sagst. Natürlich ist das klar. Weil du halt fünf Jahre jünger bist und dann halt ... I don't want to wait! Ja, wie jetzt war ... For our lives to be over! Und das ist nämlich diese wunderschöne Sendung, die von 97 bis 2003, ich weiß nicht, produziert oder ausgestrahlt wurde. Ich glaube, es gibt auch ein Reboot dazwischen, davon inzwischen, das nur noch 90210 heißt. Ach, du meinst jetzt Beverly Hills? Beverly Hills. Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Übrigens, den Anfang habe ich vorhin mal gesehen, also ich weiß jetzt nicht, wie das mit Musik ist, ob wir jetzt was einspielen dürften, zehn Sekunden oder nicht. Ich habe das versucht zu googeln und da sagen manche auf keinen Fall nichts einspielen. Und dann manche sagen, ja, du hast halt diese zehn Sekunden freie GEMA-Zeit. Da habe ich gedacht, ach, bevor wir irgendwas riskieren, dass das Video wieder gesperrt wird, lass mal Klaus singen, weil der kann das ja ziemlich gut. Aber ich kannte halt den Anfang von Beverly Hills 90210 gar nicht mehr. Und da stehen nämlich halt alle, also der Hauptcast steht, aufgereiht und die Kamera kommt aus verschiedenen Perspektiven daran. Und dann hört man so diese coole E-Gitarre und dann so Ruhe und dann im Echo so. Und dann macht nämlich Luke Perry oder der Brandon Walsh, der Steller, so zweimal so einen geilen Fistbomb in die Luft so. Und da habe ich gedacht, das, genau das, diesen Moment, den fand ich so geil. Und dann fängt es halt irgendwie an mit E-Gitarre, bla bla. Aber ich kam, also ich hatte diesen Dings nicht mehr im Kopf. Also diese Melodie. Ich erinnere mich halt aber noch relativ genau an die Visuals, also hat sie diese 90er-Jahre-MTV-Ästhetik. Ja, genau, genau, genau. Und dann halt auch die Vorstellung der einzelnen Figuren. Und Luke Perry war ja damals, wie heißt der, Dylan McCoy, glaube ich. Und der war damals schon, also das war ja diese Figur, die so sein Leben geprägt hat, wo er sich lange so ein bisschen gewährt hat und wollte dann nach Kino irgendwann machen. Und das hat nicht so richtig gegriffen. Da kam er ja, glaube ich, bei irgendeiner Netflix-Serie, Hilldale, würde ich schon sagen, das ist ja der Ort bei Zurück in Zukunft. Riverdale? Riverdale, glaube ich, war er irgend so ein Dad. Lustigerweise halt so ein totaler, also ich habe jetzt letztens nur Spiegel gelesen zu seinem Tod, so ein totaler Dad, der quasi irgendwie alles richtig macht und versucht halt irgendwie, dass sein Sohn in die richtige Richtung einschlägt, sowas. Und also genau das Gegenteil von der Luke-Perry-Figur. Aber er hat sich wohl lange gegen gewehrt, bis er dann irgendwann meint, okay, Luke Perry ist halt die Figur, mit der mich alle immer vergleichen. Und das nehme ich dann so an, weil ich habe sie erschaffen. Also es hat keiner so diese Figur, weil der war halt immer dieser lebende James-Dean-Typ, die halt immer so ein bisschen Schmerz verzehrt und sowas. Ja, mich erinnert er ein bisschen an The Fonz aus Happy Days. Echt? Okay. Mit der Lederjacke. Ja, aber ich meine, aber vom Gesicht und von der Art war er noch immer so ein Schmerz. Ja, aber so dieser Archetyp halt. Das ist so der coole Außenseiter mit der Lederjacke. Ja, aber er hatte ja auch immer diese Melancholie. Also er hat ja immer Schmerz getragen. Das war ja auch seine, also die Dylan-Figur war ja auch immer die, die halt so, ich glaube mit einem Trinker als Vater und Gewalt und alles so. Und die anderen waren ja halt die, die aus dem Reichen da kamen. Er war ja quasi das Pendant. Wie hieß er denn bei Dawson's Creek? Der, ähm... Der, der denn... War das nicht der schwule Quarterback? Äh, nee, ich meine Pacey Witter. Echt? War Pacey der, der aus der Problemfamilie kam? Ja, Pacey war doch der, der voll fettig da immer... Der, der auch bei Fringe die Grenzwerte des FBI's löst. Echt? Ja. Ich weiß nur, dass er bei, ähm... Zusammen mit Boromirs Vater. The Affair spielt da halt irgendwie den, den Freund von der einen Position, die halt eine Affäre da führt. Hm, hm, gute Beschreibung. Äh, ja, lustigerweise ist Dawson's Creek beschrieben als Jugendserie und Bevel Heels 19210 als Fernsehserie. Ich denke, hä? Nur weil, aber es beschreibt doch auch eigentlich nur diese, die Jugend, die Zeit da. Aber gut, äh, von vier Freunden, fünf Fiktive. Wie heißt die Kleinstadt? Weil du kennst dich ja so gut aus. Von Dawson's Creek. Oh! Creek? Ich will mal Crete sagen. Oh. Ähm. Ach, ganz ruhig. Kann ich dir nicht sagen. Capeside. Ah, ja. In der Nähe von Boston. Ja. Dawson's Vater hat auch ein, äh, so ein Strand-Restaurant, ne? Wie viele Folgen, was meinst du, äh, welche, wer hat mehr Folgen produziert? Beverly Hills 90210 würde ich auf Anhieb sagen. Das sind ja beides wöchentliche Serien, damals 90er, also vermutlich so 22 Folgen pro Staffel. Ich glaube, Dawson's Creek hatte fünf oder sechs, also wahrscheinlich so 120 Folgen plus minus. Und Beverly Hills? Richtig gut. Beverly Hills würde ich sagen, wahrscheinlich eher so zehn Staffeln, 200 noch was Folgen? Also, äh, Dawson's Creek sind 128 Folgen. Mhm. Und, äh, Beverly Hills grenzt an, äh, 300 mit 293 Folgen in zehn Staffeln. Ah, in zehn Staffeln lag ich richtig, okay. Ja, genau. Und, ähm, sechs Staffeln bei Dawson's Creek. Mhm. Äh, was ich irgendwie nur noch im Kopf hatte, so die, also es sind vier, äh, werden in Beziehung von Dawson, Joey, Pacey und Jen immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Sie entfremden sich einander, schlagen unterschiedliche Lebenswege an und erkennen doch, dass ihre gemeinsamen Jahre sie aneinander binden. So wie bei uns. Ja. Unsere gemeinsamen Jahre und der Zigeunerfluch. Verdammt. Pardon, Sinti und Roma fluch. Reibst du wieder die, die, äh, Iltis-Pfote? Ja. Als es gut wird. Also, du hast, du bist ja da voll aufgegangen, ne? Du hast ja dein Leben auch auf Dawson's Creek aufgebaut. Ja, 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 ja. Ähm, was bei mir so hängen geblieben ist, da kannst du mich vielleicht korrigieren oder weiter ausführen. Schauen wir mal, ja. Dass Dawson mit Nachnamen... Creek heißt. Nein. Äh, wie heißt der mit Nachnamen? Dawson. Weiß ich nicht. Leary. Dawson Leary, ja. Dass Dawson Leary in seiner Filmwelt so gefangen ist. Und dass er doch mit, äh, er kommt doch irgendwann mit Joey Potter. Ja. Niemand nennt sie Josephine, glaub ich, außer ihre Großmutter, bei der sie wohnt, wenn ich den richtig noch im Kopf habe. Tom Cruise ist Ex-Frau? Ja, später dann erst. Mhm. Weil sie dann gefürchtet hat, dass er, äh, gemeinsam Kinder, ähm, seiner, seiner Sekte opfert, oder wie war dann der Gedanke? Lasst sie ausschreien. Ich glaube, das... Aber sie haben Schmerzen. Ich glaube... Sonst werden sie nie erwachsen. Sie sind vier Monate. Hahaha, vier Monate. Haha. Ah, ich mach dir einen Cocktail. Wuhu. Äh, ja, da liegt, glaube ich, einiges im Argen. Ähm, also ich... Woran es genau ist dann da gescheitert, das mag man nur mutmaßen. Ähm. Aber hast du noch die, die Grundstruktur der vier, äh, Jugend, äh, Jugendlichen im Kopf? Dawson war doch der Typ, der bei seinen, bei Eltern liebte. Ja, genau, Dawson, Dawson lebt bei den Eltern, Dawson, äh, ist Filmfreak und ich glaube, die Serie endet auch damit, dass er irgendwie ein Praktikum bei Spielberg und Dreamworks macht oder so. Verständlich. Also, der hat doch irgendwie über... Oder dass er an der Filmuni aufgenommen wird, irgendwie so hat er ganz viele Poster und guckt auch mit Joey immer irgendwelche alten Filmklassiker. Und die haben halt ewig gebraucht, die waren noch lange Freunde, bis sie zusammenkamen, oder? Äh, ja, 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 ja. Ich glaube, die kamen erst in der letzten Staffel zusammen, zwischendrin müsste Joey, also, ich glaube, am Anfang war Dawson mit Jen zusammen. Genau. Die später Heath Ledger geheiratet hat. Und die mit Nachnamen in der Figur... Boah, das ist, keine Ahnung. Lindley. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Also, ähm... Ja, aber du kennst Jen, Pacey, Joey und Dawson. Heißt er Pacey Witter oder so? Ja, hab ich doch schon genannt. Das hast du schon gesagt. Pacey, ähm... Pacey streitet sich, glaube ich, auch ständig mit seinen Eltern. Das kenne ich aber auch nicht mehr genauso. Also, so ein bisschen der rebellische Freund von Dawson, das weiß ich noch. Ja, aber ich dachte, da wäre gar nicht mehr so viele Eltern da gewesen. Äh, war das so? Aber es kann sein. Kann auch sein. Also, auf jeden Fall... Pacey und Joey waren zwischendrin auch mal zusammen. Das weiß ich auch. Ja, genau. Aber die waren vor Dawson und Joey zusammen. Und Dawson war doch mal mit Jen zusammen. Das hast du ja gerade gesagt. Dann hatte Jen einen Freund, der dann sich später geoutet hat. Ah, okay. Als Homosexuell. Der spielt den coolen Typen im ersten Final Destination. Weil es gibt hier auch noch einen weiteren Leary und einen weiteren Potter. Und zwar Bessie Potter und Gay Leary. Und Mitch Leary. Okay, die ganzen Leary. Ich glaube, Mitch müsste der Vater sein von Dawson. Wer sind die McPhees? Andy McPhee? Jack McPhee? Jack müsste der schwule Quarterback sein. Okay. Ich erinnere mich halt echt nur noch an so komische Ausschnitte aus Dawson's Creek. Audrey Little, Doug Witter, Abby Morgan, Henry Parker. Die sagen wir eigentlich gar nicht genau. Also, ich glaube, was halt wirklich bei Dawson's Creek immer so hervorstach und wie ich halt auch angefangen habe, die Serie zu schauen, waren die Halloween-Folgen. Haben die sich nicht da irgendwo immer irgendwo hingesetzt und so Geschichten erzählt oder ausgedacht? Ja, die Halloween-Folgen waren halt jedes Mal irgendwie anders. Das hat so ein bisschen was von den Simpsons-Halloween-Folgen. Ach, die richtig gute oder so? Nee, die sind halt immer so ein bisschen außerhalb der Serie und dann plötzlich erzählen sie halt irgendwelche Serienmördergeschichten oder so. Und das hat halt so einen leichten Gruselfaktor. Und so kam es halt auch, wenn du, also so wurdest du halt so subtil in diesen Teenie-Kitsch reingezogen. Okay. Das war es nicht. Und ich habe es immer geschaut, weil es am Samstag, nee, am Sonntag auf Sat.1 vor Farscape lief. Farscape? Farscape war so eine abgefahrene Sci-Fi-Serie. Okay. Eine nie gehört. Aber hatte ich das falsche in Erinnerung, dass quasi über sechs Staffeln Dawson versucht irgendwie ganz schlecht, ich weiß gar nicht, was der Inhalt ist, irgendwie einen Film zu drehen, wo er halt auch Jen und Joey immer als Darsteller so versucht zu reinpuppen und Jen war die Hauptfigur oder so. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so eine große Rolle gespielt hat. Echt? Ehrlich gesagt. Ich dachte immer, das wäre der Grund, worüber sie sich die ganze Zeit gestritten und geliebt haben, dass die Sachen von wegen er über seine... Nee, er hat relativ viele Sachen gefilmt, glaube ich. Ja, aber ich dachte, der hätte so einen Film, was... Nee, ich erinnere mich zumindest nicht daran, aber es ist auch... Aber diese kleine Stadt war eh, das war doch an so einem, also so einem großen See. Ja, genau. Die waren doch halt irgendwie immer am See, am Steg, haben da halt irgendwie ihr Schmerz. Und sie hatten halt so eine mörderlange Monologe, die dann halt für Figuren, die sie gespielt haben, ich weiß nicht, 14 bis 16 oder sowas, nicht im Ansatzweise passen. Ich glaube, so 16 bis 18 oder so muss das halt gewesen sein von der Zeit her. Die Schauspieler waren halt auch alle Mitte 20. Ich meine aber trotzdem, wie die gesprochen haben. Ja, klar, aber ich meine aber so, wie du halt generell damals in den US-Serien Teenager besetzt hast, mit Leuten zwischen 20 und 30 und eher Richtung 30. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass sie so reden müssen, ne? Ja, ja, das stimmt, aber ich meine halt... Das Rebo wurde ja krass geschrieben. Wenn man das halt heute mal vergleicht mit so Sachen wie zum Beispiel Riverdale oder Chilling Adventures of Sabrina. Aber Riverdale ist doch ein Comic, hast du mal erzählt, ne? Ja, ursprünglich ja. Chilling Adventures of Sabrina auch. Aber Sabrina eine unglaubliche Hexe oder sowas war... Es gab es auch als... Also die Sitcom basierte auch grob auf den Comics. Also der Comic ist aus den 80ern oder sowas. Ich möchte sagen sogar 70er. Sag doch. 70er. Die Sitcom war ja halt total dusselig, okay. Ja, genau. Das war halt die Comics früher auch und jetzt sind die Comics halt auch total düster und strange. Genau wie die Serie. Wollte ich gerade sagen, du hast gesagt, die Serie ist echt sehenswert. Obwohl ich die Serie damals dachte, und die ist jetzt irgendwie im Mord. Ja, es ist halt jetzt noch so ein Teenie-Horror. Also und halt auch teilweise nicht zimperlich. Also hör mal, Buffy ist eine richtig gute Serie und dafür lege ich die Hand ins Feuer. Was? Buffy ist eine der besten zehn Serien der letzten 30 Jahre. Punkt. Was geht jetzt? Absolut. Scheiße. Jetzt sehe ich hier auch deine Perücke mit ganz anderen Augen. Nicht umsonst hat Joss Whedon die Avengers-Filme bekommen und ihm wurde ein 100-Millionen-Dollar-Franchise anvertraut. Habe ich irgendwie nie gesehen. Quatsch. Aber 20 Staffeln Smallville. Zehn. Ich habe die zehnte Staffel noch nicht gesehen. Gefühlt 20. Was? Nein, 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 nein. Ach, Mensch. Er hat so viel zu ertragen, Kyle. Ja, hast du denn, was wollte ich jetzt sagen, noch eine Idee, wann Beverly Hills rauskam? 92? 90. 90 bis 2000. Und ja, schon gesagt, das ist... Wenn sie bis zum Jahr 2100 durchgehalten hätten, dann hätten sie eine schöne Spielerei mit der Postzahlzahl machen können. Mhm, lustig. Hast du noch im Kopf, worum es da eigentlich ging? Es ist so ein bisschen... Also ich glaube, die Serie, die das Prinzip zum ersten Mal dann aufgenommen hat, war The O.C. Oder O.C. California. Wo es halt auch einfach nur so relativ wohlhabende Teenager und deren Probleme ging. Ja, also es gab ja dann halt auch ein paar Außenseiter, so wie Luke Perry und Dylan, die halt nicht so die reichen waren. Ian Searing nicht auch? War der nicht auch einfach nur der Barkeeper? Echt? Oder wurde dann der Barkeeper? Ich hatte lustigerweise irgendwie im Kopf der Anfang war, und das stimmte noch, dass die Zwillinge Brenda und Brandon Walsh halt irgendwie erstmal dahin gezogen sind. Ja. Ich dachte, dass die aus Kanada kommen würden, aber sie kamen halt aus Minnesota. Ja. Okay, ist ja dicht dran. Das ist halt auch irgendwie Zusammenfassung. Die ziehen da halt hin, Beverly Hills, dort treffen sie auf die verwöhnte Kelly Taylor, das war die Blonde, das wusste ich noch, dass die irgendwie ihren Ex-Freund Steve Sanders, das ist ja Ian. Ja. Die intelligente Andrea Zuckerman, das ist glaube ich die mit der Brille und den Locken, die fand ich glaube ich damals irgendwie ganz heiß. Und der Einzelgänger Dylan McKay. Ich, wenn man das heute sieht, das sieht aus wie eine Pornoparodie. Ich glaube, das war die Basis für ganz viele Pornos, aber... Oder umgekehrt. Weiterhin gibt es noch Kellys Busenfreundin Donna Martin, die beiden ein Jahr jüngeren David Silver und Scott Scanton, die kenne ich gar nicht, unbedingt zu Kellys Clique gehören wollen. Mit der Zeit zeigt sich, dass auch die reichen Kids ihre Probleme haben, während Donna und David später auch ihre eigene Geschichte bekamen, wo die Rolle des Scott in der zweiten Staffel aus der Serie geschrieben wurde. Das ist eh so geil, dass manche Sachen so komplett rausgeschrieben oder weggeschmissen wurden. Am Ende der vierten Staffel musste Shannon Doherty, das war die Brenda, ne? Ja genau, die hat später bei Charmed mitgespielt. Aufgrund von Spannung bei den Dreharbeiten die Serie verlassen. Ich habe gehört nur, dass sie voll abgedreht ist irgendwann und nicht mehr mit ihren Erfolg so klar kam. Ja, also ich meine, Charmed, diese Serie mit den drei Hexen. Da war sie ja auch und da war doch das Mädel von Wer ist hier der Boss da noch. Ja genau, Alessa Milano. Und die Unbekannte halt. Ja, und ich meine, auch da ist Shannon Doherty's Charakter halt irgendwann rausgeschrieben worden. Was ist denn hier? Also es scheint, es hat sich bei ihr wohl so durch, die hatte auch danach nie wieder was gemacht. Also es hat sich bei ihr schon so ein bisschen durchgezogen, dass die wohl schwierig war. Sie wurde durch Tiffany Amber Thiessen ersetzt, die ab der fünften Staffel das intrigante Biest Valerie Malone verkörpert. Die fünfte Staffel war gleichzeitig die Zeit des Umbruchs für die Serie, weil ab nun stetig neue Gesichter auftauchten. Unter anderem gehörte dazu Hilary Swank, wusste ich gar nicht, die in der achten Staffel Carly Reynolds spielte. Sie war jedoch so unbeliebt bei den Fans, dass sie nach einem halben Jahr gefeuert wurde. Cool. Dies hat jedoch ihre Karriere keinen Abbruch, denn kurz darauf gewann sie ihren ersten Oscar. Tja. So macht man's. Aber also, ich hab jetzt irgendwie, ich weiß noch, dass es diese Super-Eltern, also diese Über-Eltern von den Walsches, also die waren beide auch immer am Vorspann immer, dass die Mama eher diese Grinsende und er war halt, der Papa war immer dieser, der immer sich gesorgt hat. Auch im Blick war immer so ein... Ich erinnere mich halt da überhaupt nicht mehr dran. Hast du den überhaupt gesehen? Ich bin dann auch, wenn dann, später eingestiegen. Aber ich hab's nie bewusst gesehen. Ich hab's nie bewusst gesehen. Ah, was mir noch einfällt, die haben ihren Sport mitgebracht, die haben nicht immer Eishockey gespielt, beziehungsweise, ich glaube, Street-Hockey dann oder sowas, weil die halt aus Minnesota kamen und dann halt skype und sonst was, Eissport, bla. Und haben dann halt irgendwie immer, ja. Und ich wusste, die Frisuren, die waren damals echt, also abgesehen von Steve, also Ian, der hat hier diese kurzen, blonden Locken, die er halt natürlich immer noch hat. Der sieht auch nicht viel anders aus, wenn ich sage. Das stimmt, ja. Also ich weiß nicht, was Luke Perry in seinem Leben so gemacht hat, aber der sah zum Schluss halt ziemlich zerfeiert aus. Ja, aber Luke Perry war auch, glaube ich, schon Mitte 30, als die Serie anfing, oder? Nee, was, 52 war er jetzt? Dann muss er da knapp 30 gewesen sein. Okay, okay. Was auch, der soll da auch einen 16-Jährigen gespielt haben? Ja, irgendwie sowas. Es gibt keinen einzigen Schauspieler, der in allen 239 Folgen der Serie zu sehen ist. Das ist, glaube ich, auch niemandem zuzumuten. Tori Spelling, Brian Austin Green, Jenny Garth und ihm. Doch, Tori Spelling, stimmt. The Ring spielten jeweils in 292 Folgen mit, gefolgt von Jason Prisley in 245 und Joey E. Tata, der in 238 Folgen zu sehen war. Die Rolle von Tori Spelling und Luke Perry wurden erst kurz vor der Beginn der Serie geschrieben. Ist ja auch geil. In der Pilotfolge spielte Pamela Galloway die Rolle der Jackie Taylor. Danach übernahm Ann Gillespie, den Part von Kellys Mutter. In der ersten Staffel war der Name von Donners Mutter noch Nancy Morton. Und sie wurde von Jordana Capra gespielt. In der zweiten Staffel lautet ihr Vorname, dann verließ. Und die Rolle wurde von Catherine Cannon übernommen. Was für ein heißer Fan, ey. Aliens. In der ersten Staffel hatte die Familie Walsh ein Hausmädchen namens Anna. Sie tauchte aber in keiner weiteren Staffel mehr auf. Weil sie ermordet wurde. Und es wurde nie geklärt, was aus ihr wurde. Ja, Mord. Brandon, warum ist dein Hemd so knitterig? Mom? Brandon? Tata! Gabriel Caterias war bereits 29 Jahre alt, als sie die Rolle der anfangs 15-jährigen Highschool-Schülerin Andrea Zuckerman übernahm. What the fuck? Das war die mit der... Ja. Siehst mal, wie Jung eine Brille macht. Dirk. Kann ich auch dir noch raten. Fox wollte die Serie mit dem Titel New Class of Beverly Hills fortsetzen. Doch dazu kam es nicht. Der US-amerikanische Horror-Punk-Musiker Wednesday 13 parodiert die Serie auf dessen Album Transylvania 90210. Songs of Death, Dying and the Dead mit dem Lied Transylvania 90210. Was sind das für Wahnsinn, was sind das für Wahnsinn, was sind das für Wahnsinn die Fakten. Ja. Und die Dillen-Figur hat daraus kein Hehl gemacht. War er nicht. War er nicht auch Schlosser oder so? Oder Autoschrauber? Ja, das kann sein, ja. Hat er nicht immer in so einem kleinen, wie in einer Werkstatt, in so einem Kabuff gehaust? Ja, das kommt mir irgendwie vagebekannt vor. Und war er mit Bren da nicht zusammen? Bestimmt mal. Also bei knapp 300 Folgen war da, glaube ich, jeder mit jedem zusammen. Inklusive die beiden Zwillinge. Lannis ist da. Und ich dachte, Brenton war mit der Klugen, also mit der Brille und den Locken. Mit der 30-Jährigen, 15-Jährigen. Genau, ja. Da gab es ja dann halt immer, also bei den Mädels entweder Brenton oder Luke Perry, also Jason oder Luke. Ich dachte, naja, also Jason kam halt nicht irgendwie an Luke an diese Kopie der Ikone so ran. Das dachte so, der hat sich jetzt, obwohl der halt ziemlich ein 90er-Boy war. Ja. Mit den Frisuren, mit dem leicht Knuddel-Mopsi-Gesicht so. Das ist, glaube ich, dichter dran als Luke Perry, der halt immer der, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Als wäre nichts vorgemacht. Gab es denn viele Elternkonflikte bei Dawson's Creek? Hier, bei Dawson's Creek war doch, dass die Jen bei ihrer Großmutter lebte, ne? Jen war das, ja. Warum? Gab es die Eltern nicht? Ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm. Ich glaube, wenn, dann war es bestimmt eher sowas wie, der Vater war Alkoholiker, also halt so ein klassisches… Irgendwer war doch im Knast, genau. Ja, oder im Knast, ja. Und sie wurde dann halt in, ich glaube nämlich, Jen kam eigentlich auch aus einer Stadt und wurde dann nach Capeside geschickt, um da zur Schule zu gehen. Ah, okay, sie war die Neue, die… Ja. Ah. Ich glaube, das war diese… Ich meine, ansonsten, was hat, wie gesagt, so, also, an dieser Schwulhandlungsstrang, da erinnere ich mich halt noch… Ja, das ist später eher so. Ja, ja, genau. Was für Elternkonflikte? Dawson's Vater musste, glaube ich, immer wirtschaftlich so ein bisschen kämpfen mit dem Restaurant. Dawson's Vater hatte ein Restaurant? Ja. Die Häuser von Dawson und Joey sind durch einen Fluss, der Creek, getrennt? Was? Ja, aber ansonsten… Ich dachte, der war damals immer an ihrem Fenster. Ja, die klettern halt immer, ja, na ja, halt so ein… Joey besucht Dawson häufig, sie benutzt dazu allerdings nie die Eingangstür, sondern steigt über einen Land. Ja, genau. Ja. Aber, also, war das jetzt so ein Bächlein oder was? Ja, 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 ja. Okay. Ah, Jen, Jen ist die, ne? Jen Lindley, ein Großstadtmädchen aus New York, welche das Leben in New York zu sehr genoss. Was heißt denn das? Wurde von ihren Eltern zur Besserung in die Hände ihrer Großmutter gegeben? Das hat er ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Jen hasst Capesat, findet in dem naiven Dawson allerdings bald ein Objekt der Begierde. Die Gruppe freuen sich schließlich auch mit dem Geschwisterpaar Andy und Jack McPhee an, zu Beginn der zweiten Staffel nach Capesat kommen. Andy und Jack McPhee? Oder ist das diese Blonde, mit der Pacey dann zusammen ist, die den Pony hat und so ganz schlank und sonst was und merkt, dass sie nie reinkommt und versucht irgendwie immer reinzukommen? Die immer so schüchtern und zurückhaltend ist. So ein Psychomädchen. Weiß ich nicht mehr. Ich versuche, das hier in Gang zu treiben. Ich dachte, du kannst irgendwie deine Emotionen da mit uns teilen. Ja. Nee, kann ich nicht dran. Das Einzige, was mir noch einfällt, was wir eben diskutiert haben, war so mit den Styles. Du hast ja jetzt auch Seinfeld durchgeschaut. Und wenn man da so die Stilrichtung, weil ich gucke jetzt gerade wieder Friends, das ist auch so die Evolution des Stils ist schon ha ha ha. Also eine harsche Serie teilweise, was den Klamotten- und Frisurenstil angeht. Wie heißen die Männer nochmal? Joey? Joey, Ross und Chandler. Und Joey war der? Matt LeBlanc, der auch Top Gear USA gemacht hat. Matt LeBlanc? Okay. Matt LeBlanc. Ja. Der war doch letztens bei Conan und meinte, dass er auf seinen ersten Fotos, meinte der Fotograf, dass seine Zähne nicht eine Reihe hätten und dass ein Zahn ein bisschen vorsteht und dass man das beim Zahnarzt professionell feilen könnte. Und er ist halt hingegangen zum Zahnarzt und meinte, können Sie mir den Zahnarzt, kein Problem. Was ich erst mal generell gruselig finde, als ob so eine Vorstellung, dass der Zahnschmelz da nicht ein bisschen nervös wird. Und er meinte, das kostet 80 Dollar und er hatte damals kein Geld und ist dann tatsächlich in den Baumarkt gegangen und hat sich halt eine Schlichtfeile gekauft und hat zu Hause sich mit Schlichtfeile und Nagelfeile den Zahn gefeilt. Ich hoffe, er hat die Pfeile danach zurückgebracht zum Baumarkt, um Geld zu sparen. So ein bisschen wie die Geschichte von Sylvester Stallone, der seinen Hund für 50 Dollar verkauft hat. Was? Hat er da noch Pornos gedreht? Nee, das war für das Rocky-Drehbuch. Das war, als er die ganze Zeit versucht hat, das Rocky-Drehbuch zu verkaufen. Ja. Aber er hat es doch da nicht gemacht, weil sie ihn doch komplett das kaufen. Ja, genau. Die wollten ihm halt nur das Drehbuch abkaufen. Das wollte er halt nicht. Und dann ging es ihm so schlecht, dass er seinen Hund verkauft hat. Und das Erste, was er mit dem Geld des Films gemacht hat, war den Hund wieder zurückkaufen. Okay. Aber trotzdem, also ich meine, wenn halt so, das ist schon echt, sich selbst die Zähne abfeilen. Das ist halt echt krass, wo ich denke, ich habe irgendwie für den Beruf jetzt auch gar nicht irgendwelche großen, schlimmen Dinge gemacht. Ja, will ich jetzt nicht. Sondern wenn man sich schon anstellt manchmal, ich will den Bart jetzt nicht abnehmen. Und dann jemand feilt sich die Zähne. Sir, sie könnten ihre Augen mit Tipp-Ax nachweisen lassen. Tipp-Ax kann ich auch selber kaufen. Auch die Iris gern, Sir. Ah! Ah, schön. Ja, geil ist ja die Finale. Hast du, ich habe jetzt ja alle Folgen von Seinfeld gesehen. Also nicht vielleicht alle bewusst, weil oft trainiert dabei. Das Finale habe ich noch gut im Kopf. Das haben wir auch damals an der Uni gesehen. Ah, okay. Wo sie halt vor Gericht landen und den Flug und sowas. Ja. Oder, wie heißt sie nochmal? Ich vergesse ja. Elaine. Elaine, ihr fast im Todeswahn halt gesagt hat, dass sie immer ihn liebt und es dann nicht gesagt hat. Aber das Geile ist halt auch irgendwie, wie es halt fast zum Unfall kam. In diesem kleinen, in einem Learjet. Wie Chandler versucht, nee, nicht Chandler, Kramer versucht sich das Wasser aus dem Ohr zu schütteln. Ja, genau. Und dann halt vorne in die Fahrerkabine, äh Quatsch, in die Pilotenkabine da rein stürzt und dann auf die Piloten fällt. Und dann glaube ich irgendwie, als sie dann im Knast sind, genau, sie kommen ja nur in den Knast, weil sie halt irgendwie beobachten, wie ein dicker Mann gerade bestohlen wird. Das gute Samariter-Gesetz. Ja, genau. Und Kramer, das halt alles filmt, samt Kommentare. Ja, dann kann er ein bisschen joggen. Ja, hat auch mal gut. Ja, ich meine auch, es hat tatsächlich das, was halt die Serie ausmacht, dass nichts, was sie machen, Konsequenzen hat. Ja. Dass all das sie im Finale einholt. Also interessant ist, finde ich, dass die halt sich eigentlich nicht entwickeln. Mhm. So. Und das aber hält. Weil normalerweise würdest du sagen, du brauchst immer ganz extreme Entwicklungen pro Staffel oder sowas, damit halt so, dass die Leute, aber das ist ja das Interessante, weil die halt immer neue, sag ich mal, irgendwelche Paar-Konstellationen haben und die immer extremer werden. Ja, aber sie sind halt wie Steine in der Brandung. Ja. Und sich dann auch wundern, also wie sie sich auch vor Gericht wundern, wie dann alle Leute kommen, die sie halt jemals, äh, Wahnsinn. Einer hat ja auch seine Frau. Ja, genau, das, äh, George, der seine Frau umwacht hat mit den billigen chinesischen Umschlägen. Und dann halt irgendwie das, das, das Landanwesen der Familie dann angezündet außersehen und so. Ja. Also ich meine, wie gesagt, bei allen anderen Sitcoms oder so, auch Friends ist ein ganz gutes Beispiel, wo die Figuren halt immer extrem, also Figuren werden für sich immer extremer, entwickeln sich aber auch weiter. Wie heißt nochmal die Blonde, die so ein bisschen dusselig immer Gitarre spielt? Phoebe. Aber wie, also ich hab das ja so nebenbei geschaut, wie entwickelt die sich? Das wird mit der, wird die irgendwie mal ernst da? Na, die hat dann am Ende auch eine Beziehung mit Paul Rudd. Äh, Paul Rudd, der Ant-Man-Schauspieler, so einen Komödiendarsteller hat. Ach so, ist jetzt aber keine, die Figur kommt irgendwann rein. Die Anchorman mitspielt. Die Figur kommt irgendwann rein. Ja, genau, in den späteren Staffeln erst. Okay. Zwischendrin wohnt Phoebe auch mit Rachel zusammen, wenn Rachel bei Monica auszieht. Okay. Also die WGs lösen sich auf und Monica und Chandler haben dann eine Beziehung zusammen. Ross und Rachel sind halt immer mal on, mal off. Ja, das ist ja so ein ewiges Ding, ne? Genau. Wie ist das Final? Sie kommen dann wieder zusammen zum Staffelfinale. Also ich hab die letzte Staffel nie gesehen, aber das weiß ich. Das hab ich über kulturelle Osmose mitbekommen. Das heißt, ihr werdet jetzt zusammen die letzte Staffel irgendwann schauen, ist für euch beide ganz neu. Ja, also ich, so lang wie das teilweise her ist mit den Folgen, ist es auch bei mir ganz neu. Oft, wenn ich den Anfang der Folge sehe, dann klickt's halt wieder. Okay. Dann weiß ich halt wieder so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Aber hat das irgendwie so eine große Entwicklung oder sind es halt einfach nur vier, fünf Freunde, die irgendwie immer nur in einer Wohnung rumpimmeln und untereinander sordern und gemorraschen? Ja, so ein bisschen über den Lauf der Staffeln, wie sie halt von jungen Erwachsenen zu wirklich Erwachsenen Erwachsenen werden. Werden sie richtig erwachsen? Ja. Also Mette LeBlanc ist dann irgendwann auch ein bisschen, weil der immer so ein bisschen dusselig war. Der steht ja so ein bisschen außen vor, weil der auch dann sein Spin-Off bekommt. Unanschaubar. Joey. Heißt nur Joey. Heißt die Serie, ja. Heißt nur Joey. Der hat einen Spin-Off gekriegt. Das ist unerträglich. Generell diese Art von Spin-Off. Da können wir nur eine separate Folge mal machen. Also wirklich ganz, ganz schlimm, Joey. So ein bisschen wie Fuller House. Das ist aber schon hart. Ja, ja, ja. Ja, aber das ist das Qualitätslevel. Oder als ob Kelly ihr eigenes Spin-Off bei einer Strecke in der Familie bekommen hätte. Naja. Also die hat ja damals echt noch viel gedreht. Ja, aber du brauchst halt die anderen Figuren, damit halt so eine Figur, die immer so ein bisschen dusselig ist und ständig mit verschiedenen Leuten anbundelt, funktionieren kann. Naja, also die haben halt alle Jobs, irgendwie auch Rachel, die halt lange Zeit einfach nur so, also Rachel ist in der ersten Staffel, hat sie immer nur ihren Job im Café. Ist ja so ein bisschen so ein verwöhntes Girl, die zu Hause ausgezogen ist und versucht auf eigenen Beinen zu stehen. Und sie hat halt zum Beispiel Entwicklung, dass sie sich dann halt einen Job sucht, was sie auch machen möchte und sich dann halt da langsam hocharbeitet. Also halt wie du halt, was du halt mit Anfang 20, hast du halt so einen dummen Scheiß-Pimmel-Nebenjob und dann hast du halt irgendwann was Besseres und machst das dann halt. Also das ist halt einfach bei vielen Figuren die Entwicklung, bei denen die nicht schon fest einen Job haben. Ja, bei Seinfeld war es ja auch, dass er zum Schluss seine Serie, wollten sie ja dann nochmal irgendwie in Produktion packen und der hat es dann irgendwie, ja, durch die Anklage haben sie ja alle verkackt, dass man zum Schluss sie dann halt einfach alle im Knast so sieht. Und der Einzige, der halt irgendwie wieder out of order wirkt, ist halt Kramer, der halt irgendwie, das ist überhaupt nicht als negativ, sondern er überlegt auch, was er in der Zeit schaffen kann, weil er jetzt so viel Zeit hat im Knast Sprachen zu lernen oder irgendwas. Es gibt so eine Serie, die ist so ein halbes Seinfeld-Spin-Off. Wie heißt die denn? Da geht es um den Produzenten von Seinfeld, Larry David. Larry David ist auch, glaube ich, auch Stand-Up-Comedian und so grobe basiert George auf Larry. Okay. Der hat zusammen mit Seinfeld, mit Jerry Seinfeld, Seinfeld produziert. Das ist ja einer der egoistischsten Figuren. Ja, genau. Und er ist einfach so ein bisschen so, auch diese Geste, immer so die Hände in die Luft zu reißen und kurz zu pausieren. Das ist wohl auch eins zu eins von ihm. Und der hat einen Spin-Off, wo es mehr oder weniger um sein Leben geht. Wie heißt das denn? Curb Your Enthusiasm. Und da gibt es eine Folge, wo es um eine Seinfeld-Reunion geht. War Kirby nicht eine Figur bei NES? Curb Your Enthusiasm. Kirby gibt es auch immer noch. Kirby ist auch im Saute-Switch noch vertreten. So ein dickes, fessendes. Rosa Blob. Kirby war super. Und in der Seinfeld-Reunion ist genau das Prinzip der Serie über Bord geworfen. Also es geht plötzlich, also halt alles, was die Serie ausgezeichnet hat, ist halt weg. Also das, was hier dann immer scherzhaft, wenn sie dann mal gefragt werden, sagen sie auch immer, ja, das geht halt, du kannst ja keine Reunion davon haben. Also selbst wenn sie alle zusammenkommen, weil das wäre halt Schwachsinn. Und da ist es halt so, ja, Elaine hat ein Kind, aber es ist eigentlich von Seinfeld. Und halt so typischer Reunion-Blödsinn, wenn die Leute nach 10 oder 20 Jahren wieder zusammenkommen. Das ist halt in dieser fiktiven Seinfeld-Reunion auch der Fall. George hat eine App erfunden, mit der man öffentliche Toiletten bewerten kann. Oh Mann. Hier von Cheers, da gab es auch dann irgendwie einen Spin-off von dem Psychologen. Ja, genau. Die fand ich ja auch irgendwie nicht gut. Also ich fand Cheers echt gut. Aber ich glaube einfach nur, weil es so eine Bar-Sitcom halt ist und sich halt so gut da konzentriert. Ja. Bei mir war es ein bisschen andersrum. Also ich fand Frasier ganz unterhaltsam und habe Cheers nie so richtig gesehen. Ist, glaube ich, halt auch immer so ein zeitliches Ding. Wenn du halt vor, dass du eine gesehen hast und dann nochmal zurück, das ist blöd. Oder andersrum ist halt, wo du denkst, das ist original. So, also was ich auch, eins der neuesten Spin-off-Dinger ist halt, naja, ist auch schon ein paar Jahre alt jetzt, Better Call Saul. Das zum Beispiel ist halt total krass, dass immer der Erzählstrang, der sich nur um Saul Goodman, nee, Saul Goodman, heißt der Saul Goodman? Ja, um den halt auf jeden Fall handelt, der ist halt der zäheste. So war halt die Beziehung zu seinem Bruder, der halt eigentlich der Star-Anwalt ist und mit seinen ganzen psychischen Blockaden halt nicht so richtig in der Welt greifen kann und dann, glaube ich, irgendwann umkommt oder sowas. Aber auf jeden Fall ist das halt so ein, das ist so eine zähe Wurst und alles, was nicht mit dem zu tun hat, sondern quasi den tatsächlichen Aufbau langsam oder Annäherung mit den großen Kartellen und sowas und die anderen Bösewichte da, die man halt dann aus dem Original, also aus Breaking Bad kennt, das ist tausendmal interessanter. Und da habe ich auch gedacht, das ist halt so, beschreibt der wieder so einen Spin-off, wo du denkst, ja, da merkt der echt, wie wichtig der andere Part ist. Also, dass halt eigentlich alle nur denken von wegen, das ist halt noch so ein Around Breaking Bad und nicht nur um Saul Goodman, weil das hat ja auch die andere Serie nicht ausgemacht. Das hat ja nicht irgendwie nur Walter White halt ausgemacht, sondern das Ganze drumherum, wie sich alles entwickelt. Und wenn du dann halt eine Figur nimmst, sagst du, den zahlen wir jetzt mal, ist dann halt schnell, dass man dann, also klar, als Aufhänger, wahrscheinlich ist es halt auch meist so bei Spin-offs, dass man sagt, okay, wir ziehen das so seitlich nochmal auf, aber du kannst halt nicht bei einer Figur bleiben. Das ist bei Spin-offs, glaube ich, irgendwann so ein bisschen erschlägt. Beverly Hills hat doch auch ein eigenes, also Melrose Place ist doch ein Spin-off in Beverly Hills, oder? Ja, und es gab halt auch dann nur 90210, was du gesagt hast. Ja, ja, genau, das ist ja einfach ein Reboot auf der gleichen Prämisse basierend, oder? Aber Melrose Place hat funktioniert, so. Ja, also das... Ja, ich meine, Melrose Place war doch, ich glaube, da, oder das, was Melrose Place ausgemacht hat, war so ein bisschen das Verständnis dafür, dass die Zuschauer auch älter geworden sind im Laufe der Serie und auch jetzt andere Probleme sehen wollen und... Ja, Mitte Ende 20 waren die alle, glaube ich so. Die haben dann halt auch alle nicht mehr zu Hause, sondern haben dann halt alle in diesen Melrose Place mit diesen, ich weiß nicht, wie die klassischen Wohnanlagen da heißen, wo in der Mitte dann halt auch cool ist und somit mal irgendwie alle miteinander mal was haben und sich kennen und bla. Das war doch auch die, die bei Scrubs mal mitgespielt hat. 92 in Stand, Ableger, Melrose Place. Oh, 92 schon, okay, das war aber... In jedem Fall der Völkerfahrer. Ja. 2008 bis 2013 wurde der weiterer Ableger, zweite Ableger unter dem Namen 9210. Das ist ja zwei Ableger von einer Serie. Aber 9210, naja. Nicht grundlos heißt ja dann halt auch irgendwie der Ableger von der deutschen Berlin-Tag-und-Nacht-Variante Köln 6020 oder sowas. Also auch wieder angelehnt so ein bisschen an, was heute ja die Zuschauer, also die, die es schauen, gar nicht mehr drauf haben. Ja, gut, ich glaube, die Zuschauer, die Köln 6020 schauen, können nicht mal lesen. Ja. Ich meine aber Berlin-Tag-und-Nacht-Dasselbe in Grün. Was war das Original? Australien? Jersey Show oder sowas? Jersey Show ist an der Küste von New Jersey in den USA. Aber ich glaube, Jersey Show ist doch auch eher so eine halb dokumentarische Serie. Okay, ich dachte, das wäre halt irgendwelche Ossis, die halt als Gruppe halt irgendwo rumpimmeln und... Also es kann sein, dass es auf irgendwas Australischem basiert, aber Jersey Show ist auf jeden Fall was anderes. Also das ist halt so ein Format, wo ein paar Doku-Leute so Affen folgen. Also Atzen. Ja, naja, also kann man schlechter Spezies Mensch zurechnen, wenn man sich die... Ja, aber ich meine eben, dass man weiß, warum den... Ja, ja, ja. Aber ich dachte, das wäre so die Basis von... Weil Berlin-Tag-und-Nacht ist halt auch eine Kopie von irgendwas. Aber das ist doch einfach nur so, wie heißt es denn, scripted reality. Ja. Also ich glaube, bei Jersey... Aber ganz grob scripted, weil das kann es ja keiner merken. Ja, haben die Leute mehr so ihren eigenen Quatsch machen lassen. Fünf Minuten, du mit dem und du nicht und dann schreien und du küsst dich. Okay, ich gebe Handzeichen. In meine Richtung, ja. Wir müssen so einen Prompt da mit so, ähm, mit aufgezeichneten Figuren, dass sie immer kurz mal rüberschauen können, was sie als nächstes machen können. Mit so Strichmännchen. Aber ich meine, wie lange es den Scheiß schon gibt, das ist halt Wahnsinn. So, dass es halt echt funktioniert. Also, was hat er denn? Ich nehme auch mitten in der Nacht auf. Im Spiel haben wir es jetzt 7.13 Uhr. Kurz vor 4. Jetzt schneiden wir raus. Ja, Game of Thrones bekommt ja auch Spin-Offs. Wie Spin-Offs? Naja, ich also... Also jede Familie oder jede... Nein, Serien, die da im Universum spielen, wird gesagt, die erste soll halt zur ersten Long Night spielen. Mit Naomi Watts. Gerüchteweise. Kommt Karl Drogo wieder? Nein. Sicher? Ganz sicher. Jason Momoa ist Aquaman. Er hat andere Dinge zu tun. Aber gab es schon eine eigene... Ich dachte, der ist immer irgendwie so ein Avenger-Aquaman. Oder ist das so ein eigener Aquaman? Nein, er hat auch schon seinen eigenen Aquaman-Film. Ach, siehst du, ich kriege gar nichts mehr mit. Der lief aber auch echt so ein bisschen unterm Radar Ende letzten Jahres. Hast du gesehen? Nee. Redet hier so, als ob Stine Jason Momoa ist und dann sieht er es nicht. Jason Momoa hat bei den Oscars, hat er sich dahingehend mit Alex Honnold rum. Wieso liegen hier die ganzen Haare? Alex Honnold, der Kletterer aus Free Solo. Also Jason Momoa klettert ja auch. Wer kennt ihn nicht? Und trägt jeden Abend ein Pint. Der, der, wo ich dir auch immer den TED-Talk geschickt habe, der allein diese 1000-Meter-Wand hochgeklettert ist ohne Seil. Was noch nie jemand gemacht hat. Free Solo, wo ich heute... Klingt aber so ein bisschen nach den Huber-Burm. Der hat auch mal so frei... Ja, aber also niemand ist bisher diese Wand hoch. Und dann habe ich irgendwie heute so ein bisschen so ein Making-of dazu gesehen, wo die beiden Regisseure, also der Regisseur und die Regisseurin... Nackt, weißt du, nackt? Darüber reden und dann meinten so, naja, bei der Strecke gibt es halt vier schwierige Stellen. Also viermal ganz dicht am Tod. Es gibt eine, das ist so eine nach vorne geneigte Wand, wo die Griffe alle ganz schlecht und ganz klein sind. Und eigentlich hältst du nur mit der Reibung von deinen Fußsohlen. Also nur die Reibung, die die Kletterschuhe erzeugen. Du reibst die Füße so stark, dass die startliche Aufladung so doll ist, dass du wie ein Blitz nach oben gehst. Wow. Flash. Ja. Dann gibt es eine, das Enduro Problem heißt es, wo es halt so einen Spalt in der Wand gibt. Ein Motorradproblem. Genau. Es gibt so einen Spalt in der Wand, wo du ganz langsam hoch musst und du meinst... Piazzo. Ja, mehr oder weniger. Oder Piazza. Ja, das ist schon ein Piazza. Relativ weit oben, also so bei 800, 900 Metern. Das ist wohl recht anstrengend, weil das kann so ein, zwei Stunden dauern. Und dann geht dir halt irgendwann die Kraft in den Armen aus. Wenig überraschend. Und der Alex Hornhardt hat es wohl in 15 Minuten gemacht. Und dann gibt es eine Stelle, die heißt das Boulder Problem. Ja gut, dass es auch immer nur Problem so heißt und nicht von wegen Todesmöglichkeit Nummer drei. Also die Stelle, Alex, also der Kletterer hat darauf bestanden, dass da keiner ist und ihn filmt, weil er nicht wollte, dass er vor seinen Freunden in den Tod stürzt. Deswegen waren die Kameras da nur... Aber die sind doch alle, die haben da schon ein bisschen was weg am Lattenzaun, ist nicht mehr alles... Ja, die meinten, also der ist halt relativ vernünftig für solche Leute. Und die meinten, er hat angefangen damit, mit diesem Free Soloing, weil er zu schüchtern war, um Leute zu fragen, ob sie ihm damit ein Seil helfen wollen. Um ihn abzusichern. Und das war ihm... Da ist er lieber allein ohne Seil geklettert. Also es ist ja noch lieber Therapie für ein bisschen Selbstawareness oder sowas, dass der da halt länger lebt, als dass er dann sagt, ja, ich kletter da hoch, weil ich wollte nicht fahren. Ja, dieses Boulder Problem ist auch... Es hat so ein paar ganz schmale Griffe. Dieses Boulder Problem, das ist als wenn du irgendwie einen Sack Schrauben essen sollst und sagst, die Soße dazu ist wichtig. Also er klemmt sich dann irgendwie so mit den Daumen in so einen Griff, so halt mit... von unten. Der Griff ist halt irgendwie auch schmaler als seinen Daumen. Er klemmt sich mit dem Daumen in so einen Griff von unten. Ja. Habt ihr alle ein Bild? Daumen, Griff, unten. Und dann... Wie viel Meter Höhe? Tödlich genug. Klaus verlässt gerade ein bisschen seinen Sofa, um es mir vorzumachen. Und dann kommt der Karate-Kick, wo du halt raus musst und dich weit rüber lehnen und dann mit links mit dem Fuß stützen. Wahrscheinlich musst du einmal komplett deine sichere Haltung verlassen, aber auch nur bis der Fuß sich definitiv einklemmt, weil zurück kannst du nicht mehr. Und dann musst du deinen Schwerpunkt halt rüber schicken zum linken Fuß, der vertikal an der Wand steht. Sieht aus wie ein Tänzer, der sich warm macht gerade. Das ist auch... Ich hab kein Bild. Ich kann's ja gleich mal zeigen, wenn wir hier durch sind. Zeichnen wir uns es auch. Ja. Und für unsere Zuhörer sind alle am Arsch, oder was? Die können das googeln. Alex Honnold... Daumen, unten, Griff, googeln. Nein. YouTube, Alex Honnold, Boulder-Problem. Es geht dann jetzt eine Stunde, oder was? Nee, es ist halt nur dann verdichtet genau das. Naja, es ist interessant. Also ich hab so ein paar Videos von den Kletter... Also von den Klettervideos, die ich sehe, die haben das in der Halle nachgebaut, dieses Problem, mit den Griffen. Bloß auf eine angenehme Höhe. Ja, genau. Und das sind Leute, die halt richtig gut klettern können. Und die haben halt nur das gemacht. Die sind vorher nicht 500 Metern berghoch. Und die haben das zu 90 Prozent nicht geschafft. Also jedes Mal, wenn wir abschmieren, dann kannst du dir vorstellen, die wären gestorben. Also... Ja. Richtig. Ich weiß auch nicht, was... Ich hab immer diese Kunsthaare hier am Fuß. Ist denn das Thema bei dir? Meine Güte. Ja, Dirk, wir nähern uns der Stundenmarke. Wie wollen wir das denn zusammenfassen? Dawson's Creek 90210. So. Schon sehr gut. Als Crossover-Episode. Ja. Ja, ich muss sagen, wahrscheinlich war ich echt noch zu jung, um da so reinzukommen. Aber ich fürchte, ich fürchte auch, dass ich, also jetzt nicht unbeeinflusst von Seiten Klausemanns, mich eher Richtung Dawson's Creek, obwohl ich diese echt im Nachhinein sagen muss, immer noch, dass ich diese Dialoge manchmal so bescheuert, obskur, komplex und lang und nicht passend fürs Alter. Also ich glaube, es hat auch sehr viele Jugendlichen damals eingeschüchtert. Ja, ja. Ich glaube, es war auch eher so eine Serie. Aber genau wie das Aussehen halt der Jugendlichen, wenn du halt irgendwie selber 15 bist und bist halt so ein halbes Hemd. Also Dawson's Creek sah man, also wie heißt der Schauspieler? James Van Der Beek. Da sah man noch die ganze Zeit, dass der sich während den einzelnen Takes rasieren musste. Der stand ja da mit seinem Felskind und tat immer so, als ob er 16 ist. Wenn dir das halt eingeredet wird als Jugendlicher, dass so normale Jugendliche aussehen. Ja, ja, genau. Ja, aber ich glaube auch Dawson's Creek alleine deswegen, weil die Serien einen besonderen Stil hatte, was Beverly Hills 90210 nicht hatte. Also da war halt… Es war halt ein totales Zeichen der Zeit. Ja, genau. Es war halt eine Episode, war halt genau wie die andere und Dawson's Creek hatte halt immer diese Halloween-Episoden oder eine Episode, die aus verschiedenen Blickpunkten erzählt wurde. Oh, 21 Jump Street, die Halloween-Episode, als alle vier Hauptdarsteller am Tisch sitzen, Karten spielen und alle irgendwie so eine Skat-Karte an der Stirn klebt und die sich immer so ein Fall in ihrer Art erzählen, wie der asiatische Typ dann halt irgendwie alles so als Bruce Lee-Verfilmung und ich glaube, Johnny Depp als Cowboy, das ist eine sehr geile Folge. Ja, aber halt sowas, was in Erinnerung bleibt und das hatte Beverly Hills 90210 meiner Ansicht nach nicht und Dawson's Creek hatte das und zwar mehrfach, also deswegen alleine. Gab es Spino's und Dawson's Creek? Ich glaube nicht. Nee, aber was den, ich glaube, den kulturellen Einschlag angeht, ist halt Beverly Hills 90210 einfach, weil es die größere Serie war, aber das heißt ja nichts. Das Krasse ist, ich kann aber jetzt nicht sagen, dass mir eine Figur besonders gefiel, im Gegensatz zu den Figuren bei Beverly Hills. Also wenn ich sage die Figuren, dann würde ich eher Beverly Hills sagen, wenn ich sage die Serie, würde ich eher sagen Dawson's Creek, obwohl ich diese Gespräche teilweise so nervig, ach, vielleicht finden sie auch beide scheiße. Aber es war ja auch so ein bisschen der Stil der Serie, halt einfach so geschliffene Monologe zu haben. Vielleicht ist die Ian-Figur meine Lieblingsfigur. Ich glaube ja, weil der damals eh zu kämpfen hatte, weil der halt nicht irgendwie in diesem Teenie-Konflikt zwischen... Und er hat damals schon alle vor Sharknados gewarnt. Nur der hat ja eigentlich die Kreize-Karriere gemacht. Das stimmt. Die anderen Mörder-Hollywood, sonst was. Und er ist halt ein Trash-Gott geworden. Ich glaube, der hatte lange nichts. Ja. Und dann kam irgendwann das, dachte ich, okay, scheiße, mach ich. Und dann wurde das halt größer und größer und jetzt plötzlich so, also... Ja, aber ist gut, weil der hat halt nachhaltig was. Ja, also mittlerweile. Ich glaube, der hat echt lange eine ganz schön harte, darmende Zeit halt irgendwie gehabt. Und jetzt ist es halt so, dass er sagt, also ich glaube, es wird auch nicht richtig viel, aber er kann davon leben und er weiß halt von wegen Sharknado, das kann auch Sharknado 42 sein, weil das ist dann auch schon wieder der Gag an sich, dass es wie so eine Serie jedes Jahr ein Sharknado gibt und immer wieder schlecht animierte irgendwas. Und du kannst ja in alles bringen. Du kannst Sharknado in den Liebesfilm machen, dass halt immer kurz bevor er halt irgendwie seine Frau zurückkriegt, halt ein Hai ihm aus Versehen die Lippe abbeißt oder so. Ah, Tara Reid, früher mal so heiß. Hat der nicht irgendwie im letzten Teil so einen Laser-Tag-Arm gehabt? Ja, ich habe den letzten, den allerneuesten habe ich hinten noch nicht gesehen, Global Swarming. Habe ich? Nee, ich glaube, ich habe auch nur Hell No gesehen, ne? Das war doch davor, so Sharknado, Hell No. Ist das nicht der dritte? Ja. Also der vierte ist The Fourth Awakens mit David Hasselhoff als Astronaut. Also ich glaube nach, also das Ende, das Ende war das halt aus dem Weltall, die die Haie fielen. Und einer fällt auf Tara Reid, ja. Und einer ist im Hai auf dem Boden und hat sich da glaube ich irgendwie diese, die quasi das Verglühen, die Reibung dann so ein bisschen gespart. Ich glaube, den Teil habe ich gesehen und den danach, weil danach hat doch noch hier Malcolm mittendrin mitgespielt. Nee, das ist der vierte. Echt? Ja. Und dann halt irgendwie so eine Schwester oder Tochter oder sowas ausgetauscht wurde zu so einer Porno-Tante. Nee, das war die aus dem ersten Teil. Ehrlich? Ja. Aber die haben sie ganz schön hochgeschraubt. Ach, ich... Wir müssen das doch mal uns genau anschauen. Ja, das kann man in einer anderen Folge drüber reden. Zwei irre Versuchen, alle Sharknado-Teile zu rekonstruieren, von denen sie nur die Hälfte bewusst und die andere Hälfte betrunken gesehen haben. War das der erste oder der zweite? Das war der erste. Oh, das wäre echt gut. Eieieiei, ja. Kino International, wir waren halt zu einer Premiere geladen. Vom Karl Kofel-Schläfahrts-Event. Genau, Free Drinks und sowas. Das war das eine der wenigen Malen, wo ich so richtig dicht im Kino war. Du hast doch noch früher Karl Kofel eine Frage gestellt. Ja, genau. Ob halt, man sah kurz das Hollywood-Sign und dann war das Haar, wurde halt von einem Hai weggeschränkt. Und dann war meine Frage, ob das halt eine Absicht war, auch im Zuge dessen, dass er halt einfach schon aus Deutschland halt so weit Promotion für diesen Film war. Noch das kurze Danke aus Hollywood-Richtung und er meinte, ja. Das gab es auch gar nicht so, weil er dachte so, man hat gemerkt, weil ich auch schräg so einen bescheuerten Stoffhai auf dem Kopf hatte und saß im Publikum und glaube, beim Aufstehen hatte ich meine Bierflasche noch an der Hand und er dachte, nicht diskutieren mit dem Otto. Also, ja, guter Punkt. Und ich habe nur damals gedacht, Alter, Karl Kofel ist in Wirklichkeit ja noch viel dicker als im Fernsehen. Aber ich muss mich sagen, Karl Kofel wirkt auf jeden Fall sehr nett. Ich habe auch mal Oliver Welke live getroffen. Der wirkt wie ein ziemlich verschnöselter Arsch. Ja, okay, scheiße. Welke, ach, schade. Also, ich mag den ja im Fernsehen auch ganz gerne, aber so ein Live fand ich so, ach. Ach, schade. Also, vielleicht täuscht es euch, ich hatte auch einen schlechten Tag gehabt, war es ja auch nicht, aber... Ach, weiß ich nicht. Es gibt immer so, wenn man sich das noch hofft und wünscht, dass man irgendwas sucht und sagt, ach, der hat bestimmt... Ja, ja, ich meine, der hat halt auch so beim Auftreten die Anlage, als ob der so ein ziemlicher Schnösel sein kann. Naja, gut, wie dem auch sein mag, wir werden uns jetzt mal das Boulder-Problem ansehen und hier nachstellen mit allem, was wir zu Hause haben. Was denn dein Finale ist? Also, ich habe jetzt versucht, zusammenzufassen. Ja, Dawson's Creek, also allein auch, weil es später anfing und ich wenig bewusst von Beverly Hills und wenig bewusst gesehen habe und nie irgendwas freiwillig. Aber du fandst halt auch irgendwie die Konstellation beziehungsweise die Dialoge teilweise schon echt schwierig, oder? Bei Dawson's Creek. Ich fand es ja ganz lustig, weil das halt einfach so... Lustig? Es waren ja alles mehr oder weniger so Schauspiel-Vorsprech-Monologe, die sie da gehalten haben. Ja, aber welche, wo du sagst, da ein Fehler, schwitze ich da mal durch. Ja, genau, aber dann, also dann beeindruckend für die Zeit. Ja, in diesem Sinne, vielleicht könntest du abschließend nochmal kurz das Intro ansingen. Ich glaube nicht, dafür haben wir keine Zeit. Wir sind für Nüsse auf allen Podcast-Apps oder auf YouTube. Stitcher und gmail.com. Fürnüsse at gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. At fürnüsse-Pod oder fürnüsse-Pod.com. Was singt der mal immer? I don't want to wait. I don't want to wait. Wait. For our lives to be over. In diesem Sinne. 1 1 3 1 2 10 plannings. 10